H5 sind wir hier. Kleine Hündin. Scheint mal neu zu sein. Lässt sich gut anfassen. Eher sehr ruhige Ausstrahlung. Dann ist das eher still als euphorisch. Das ist gut aus der Hand. Lässt sich super anfassen. Ja, schon zwei, drei Jahre alt. Das ist hier gut mit den ganzen anderen Kunden. Hier haben wir ein ganz guter Ausstrahlung. Gehen raus. Genießt das Stuhl. Das ist zart.